Herzlich Willkommen bei CarbonLine aus Menden. CarbonLine ist Ihr Spezialist für Vakuumheizkammern in der Grafittechnologie. Seit über 30 Jahren hat sich das Unternehmen auf die Neuanfertigungen, Revisionen und Optimierungen von Vakuumheizkammern spezialisiert. Zu jeder von CarbonLine überarbeiteten Heizkammer wird eine neue Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikeln und einer neuen Ersatzteilnummer erstellt. So kann das Unternehmen im Schadensfall schnellstmöglich und passgenau die nötigen Ersatzteile liefern. In einem leistungsstarken Maschinenpark werden die Produkte von CarbonLine unter anderem auf modernen CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen gefertigt. Neben einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und den hochwertigen Produkten bekommt der Kunde einen ebenso umfangreichen Service geboten. Denn als kundenorientiertes Unternehmen enden die Leistungen nicht nach dem Verkauf. Bis heute steht CarbonLine für höchste Qualität und kompromisslose Kundenorientierung. Das schließt selbstverständlich ein hohes Maß an Flexibilität und kurze Reaktionszeiten mit ein. CarbonLine – Präzision auf höchstem Niveau CarbonLine – Präzision auf höchstem W par